Oder hier ganz kurz, Internet, Elektronik und Humor muss nicht getrennt gehen. Das darf ich dir kurz zeigen? Ja. Warnhinweis, laut einer Studie der Deutschen Ärztevereinigung sterben immer mehr Rentner vor dem Computer. Sie drücken versehentlich die Tassenkombination Alt plus Entfernen. Oder? Oder? Eine Frage, wie sieht es bei dir aus mit Musik? Welchen Stellenwert hat Musik für dich? Ja, nu, also Musik ist ja nur mein privates Steckenpferd. Also da komme ich her. Daraus bin ich gemacht. Ich bin nicht aus Atomen gemacht. Ich bin, wenn man so will, aus Noten. Da, wo andere aus Atomen sind, bin ich aus Noten zusammengesetzt. Wenn du mich einmal anbläst, dann fliege ich auseinander wie so eine Wolke voller Noten quasi, weißt du? Ich kann aber hier eigentlich nicht groß musizieren, weil wir hier ja Geschäft haben und Betrieb haben. Deswegen höre ich mittlerweile auch meine Musik aus ganz normalen Alltagsgeräuschen raus. Verstehst du? Was ist das für dich? Das ist also offensichtlich Wasserstrahl. Du hörst den Wasserstrahl, ne? Du hörst wahrscheinlich den Wasserstrahl. Ich nicht. Jetzt höre zu. Hörst du das? Hörst du das? Ja. Oder, kurz auf, jetzt. 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 Was ist das? Was schlägt sie euch? Die Beatbox. Soll ich nochmal machen, hast du es nicht erkannt? Pass auf. Das ist meine, das ist meine Art von Musik. Ich stehe. Ich stehe. Oh. Ich stehe.